Ich kann die Gelegenheit jetzt ja mal nutzen, wo wir hier so ein bisschen Scavenging machen. Ihr könnt Metal Gear Solid 5 gewinnen, inklusive eines Steelbooks für die Playstation 4 als Teil unseres Weihnachts-Giveaways. Dazu müsst ihr einfach nur auf weihnachten.xdgamer.de schauen und dafür eure Spiele des Jahres in 18 Kategorien abstimmen. Und dann könnt ihr Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain für die PS4 inklusive eines Steelbooks gewinnen. Das gilt jetzt nur für Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber die anderen können dann auch 80 Gamecodes gewinnen und ein paar schöne T-Shirts gibt es auch noch zu gewinnen. Also einfach auf weihnachten.xdgamer.de gehen. Dann könnt ihr da abstimmen und nehmt automatisch an. Der Verlosung läuft bis 29. Dezember 23.59 Uhr. Jetzt schauen wir mal wie es hier weiter geht.